Mit Maildesigner Pro kannst du jetzt auch ganz einfach YouTube-Videos verlinken. Hier planen wir beispielsweise ein Event für unsere Hochschule. Und dazu möchten wir das Ganze mit einem Video anteasern. So, einfach einen Layout-Block mit dem Bildbereich auswählen und wie gewünscht anpassen. Jetzt ziehst du den Videoplatzhalter einfach in den Bildbereich hinein. In das Link-Feld kopierst du nun deine YouTube-Video-URL. Danach das YouTube-Preview-Bild anzeigen lassen. Und mit einem Klick werden deine Empfänger jetzt mit dem YouTube-Video verlinkt. Am iPhone öffnet sich beispielsweise die YouTube-App.